Dein Objective hat jetzt einen Mehrwert. Das ist ein wichtiger Fortschritt, weil es sich lohnen wird, daran zu arbeiten. Aber wer profitiert davon, wenn es fertig ist? Ein gutes Objective wird auch leicht von demjenigen verstanden, der davon profitiert. Ist es klar, wer das sein wird? Gehe zurück zum Board und betrachte das Post-It mit der Beschreibung des Mehrwerts. Nimm die Rolle des Kunden ein und frage, ob die Formulierung passt. Mache einen griffigen Satz daraus, der sofort verstanden wird. Achte darauf, dass der Mehrwert nicht verloren geht, wenn du den Satz umformulierst. Gehe jetzt zurück zum Board und bearbeite das Objective. Ich werde hier warten. Das Objective ist jetzt perfekt. Du hast das Objective in wenigen Minuten erstellt. Das ist krass.